Das gleiche was du am Anfang der letzten Runde auch gemacht hast. Glück gehabt. Warst du grad Horki gekillt? Nein. Hallo Detectives. Habt ihr irgendwas komisches gesehen? Ja, bitte. Ich wollte das nicht. Wollte wir jetzt Redden killen oder was ist denn das serious? Wurde da einer getazert? Ja, ist der Agipi der schlechte Dede ist wieder unterwegs. Leute, also egal was passiert, wir schießen uns ab. Ich bin nicht Traitor, er vielleicht schon. Ich denke auch mal, GoodGaming hat schon geklagt, dass er kein Traitor wird. Er ist wahrscheinlich jetzt. Ja genau, weil so Wahrscheinlichkeit der Rechnung funktioniert. Jetzt du. Funktioniert du wahrscheinlich? Wir haben die Chance, dass du mich zuerst siehst. Hey, wer beschießt mich? Lubius, komm runter schnell! Willst du das echt, gell? Lubius, komm! Ich schieß doch gar nicht! Oh nee, er will! Er drückt ab, er drückt ab! Ich mach doch gar nicht! Mr. Mr. Hey, komm, das wär nicht ernst. Hey, schau dich zu da! Du musst es auch mit skilllösen. Okay. Lubius, komm runter! Wir wollten ihn abschicken. Wow! Wow! So geht das. Kannst du das? Ja. Wie? Mlg? Gern, nur den Knopf drücken. Ja, nur den Knopf drücken. Du musst ihn nur so ausmachen. Ja, du musst dich da auf die Plattform draufstellen und dann den Knopf... Ey! Das war Dalu! Das war Dalu! Das war Dalu! Das war Dalu! Hä? Was ist denn passiert? Eine Granate geworfen! Ich hab eine Disco geworfen! Na! Leute, ich bin Detektiv... AGP, kannst du mich heilen? Ich kann jeden Abend... Okay! AGP, kannst du mich heilen? Was war das denn? Ich bin hier hochgeflogen! Sorry! Hab keine Credits mehr! Mit einem Jetpack! Ey, wer ist das? Ey! Ey! Von der anderen Seite ab! Ihr seid Bubis, ey! Dalu! Es ist AGP, ist grad vor mir lang gestorben! Hab ihn! Könnte auch Goro sein! Es könnte Grants viel mehr sein! Kapuze? Warum? Nur weil ich hier hochgeflogen bin? Ja, nur weil ich hier hochgeflogen bin! Ja, nur weil ich hier hochgeflogen bin! Ja, nur weil ich hier hochgeflogen bin! Trader Level 9, 12... Das kapuze! Ich hab keine HB mehr! Ja, ich seh's! Du sitzt im LKW und versteckst dich! Kann einer Kapuze bitte töten? LKW, also! Kapuze! Kapuze mal einer töten! Ich schmeiß ne Plasma rüber! Ey! Verpüßt euch! Aber Dalu-Jagd ist eröffnet dann, Leute! Nein, 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 nein! Dalu ist innocent! Ich hab ihn confirmed, er ist innocent! Er ist doch wieder im Scoreboard lebend! Ich habe ihn auch wiederbelebt, oder was? Ich bin ein guter Junge, Kapuze! War Dalu jetzt frei zum Abschluss? Aber er hat doch... Ich mein, wir... Dalu-Schloss, du hast auch gesehen, wie er runtergeworfen hat oder nicht? Ich hab ihn confirmed, er war innocent! Jetzt hab ich ihn wiederbelebt! Achso, gut! Dalu, kannst du mich heilen? Das ergibt natürlich Sinn! Es ist Horsi! Ich hab keine Credits mehr! Warte, warte, er schreibt's gerade! Dalu schreibt's! Ey, was ist das? G-G? G! G-G! 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 Sie ist direkt neben mir umgefallen! G-G! 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 Ich bin doch hier rum! G-G! 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 G-aaa! G-G what the hell? lle vehg! Dalu! B-G! G-G! G-G! Dalu! G-G! Dalu!! G-G! Dalu! Er ist nicht.. Image Greg! Ach! Zuh!!! Oh, hier ist jemand, ja, ja, ja. Oh, hier ist jemand, das Geist. Der erschießt den. Oh, ich geh mit Dalo mit. Da fühl ich mich sicher. Oh, leben noch? Wie viel leben noch? Was ist hier los? Motherfucker. Nein, ich nicht, hallo, halt! Nein, 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 nein! Ah, hier! Perfekt! Ja, super! Die drei Camper vom Dienstag. Ja, alle drei sind... Oh, gut gaming und eben fast low geschossen. Ah, ne. Und dann holt er nicht mal die Diegel raus, das ist der La... Nee, ich hatte ja keine Diegel. Dann hätte er es ja nicht geschafft. Das seht er nicht. Aber bei Grei war gut. Ja, weil ich in dem Moment wieder ein Lag hatte. Ich dachte, Max wär's gewesen, weil ich dachte, das kannst du nicht nicht gesehen haben. Nein, ich hatte grad wieder einen Lag. Ich hab den Lag gesagt, irgendwelche scheiß Mini-Lags, dann kann ich für fünf Sekunden nichts machen und dann... Das sind die Lags. Die schönen Grants, der war da am Campen. Ohne Witz, ich hätt' ich... Und als ich ihn abgetreut habe, sagt er noch Horchi. Ja, das hab' ich dann auch gesehen, als ich tot war. Wenn ich wär, das ist Horchi! Oh, mein letztes Mal. Aber Horchi war auch schon tot, leider. Ja, ich hab den früher umgelegt. Nightshade! Ja, und Julia hat Nightshade gerufen, obwohl er gar nicht mitgespielt hat. Ja, Nightshade! Und alle nur, hey? Na, immerhin war Horchi mit. Ey, genau so wie immer alle irgendwie meinen da haben. Ey, da steht auch... Crabs ist es! Horchi, falls zum Abfluss! Horchi ist, falls zum Abfluss, ich bin Detective! Wo ist er? Horchi down. Ich aber sehr wahrscheinlich auch. Oh ja! Ich glaube, das war... Und beide Detektives tot, gibts nicht! Oh, das ist natürlich... Könnte McFlade gewesen sein. Hat einer wirklich gekauft vorher? Guck mal! Hier ist noch einer tot, Dardus ist auch noch tot. Ich hab ne Spider-Man-Gun! Die beiden Geier-Detektives, da wollten sich die Credits sicher. Ja, ja, da wollten sich beide die Credits sicher. So ein Traitor, zwei Detektive und ein... Grants, hast du n Dings, n DNAs genannt? Ja, klar. Kaput, bist du's? Awesome! Nein! Wir haben das jetzt hier übernommen. Ich bin mir sicher! Wir haben hier den Laden übernommen. Lass mich doch mal, das ist meine Leiche! So, Grants! Guck mal, wen wir hier haben. Grants! Also, Grants und alle sind safe. Also, Goro und ich sind safe jetzt. Warum seid ihr safe? Weil wir die neuen Detektives sind. Das sind die neuen Detektives. Ich hab doch einen DNA-Skenner. Ach, ihr da! Achso, das heißt drei Detektives. Drei Detektives ist jetzt okay. Bin ich okay? Das ist echt heftig. Wurde heute eigentlich schon jemand gefeuert hier? Ja, ich. Oh, guck mal. Der macht den wie gut. Oh. Oh. Was heißt, oh, oh? Genau deswegen. Da kam er. Oh, wo war das denn? Grants, bist du noch da? Hab's gehört. So, Goro bei. Nefi. Das ist doch so ne Nefias-Sache hier. Ja, ich denk mal auch cool. Und McFly auch, ey. Goro bei und McFly. Nee, eigentlich ist das eine andere Sache. Grants? Ja. Gut, ich bin nicht tot. Oh, hier ist ein Deadranger. Hier ist ein Deadranger angegangen. Grants bei dir im Haus ist einer. Ich hab Angst. AGP, AGP! AGP? AGP ist das AGP? Der ist schlicht. Ist er tot? Nee, Goro liegt da. AGP ist es dann, ja. Oder ist Grants wieder getan als AGP. Kann auch sein. Ich bin Detective. Nefi, du warst die ganze Zeit hinter Goro. Grants ist nicht Detective. Ich hab den DNA-Scanner. Craps frei zum Abschluss. Ja, komm her. Du bist hier doch auch noch von Detective aufgehoben. Ja, weil ich jetzt der Nachfolger bin vielleicht. Denk mal mit. Ja, nee. Ich wollte wissen, hast du... So, Kapuze. Bleib hier stehen und guck, was ich jetzt tue. Ich mach jetzt Detective-Stuff. So. Zufrieden? Warte, warte, warte. Kann das nicht sein, dass er unnichtbar ist? Nein. Er ist tot. Aber es war dieser Rauch. Oh, Mann. Wenn du jetzt auf mich schießt. Nein, 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 nein. Warte mal. Jetzt warte, dann bist du's doch. Oder Kapuze ist es. Nein, nein, nein. Über Craps? Hey, du hast dieses... Hey, du hast dieses... Hallo, Freunde. Ich bin ein bisschen kleiner heute. Ah, Craps. Ah, der Bidibi. Wuhu. Kann man dir jetzt auf den Kopf rum springen? Domben. Verstehe ich. Craps ist es. Craps Sniper. Wo ist er denn? Ach, da wo er vorhin war. Du wärst aber schon lange tot, du Vogel. Da wo er vorhin war. Da folgt mir. Ja, doch. Siehste, ich kann nicht wegschließen. Du hast mich nicht getroffen. Auf seinen Lieblings-Posi? Ja, ja. Mini-Me. Führt euch an. Was hast du zum Stellt? Kommt ihr wieder oben in den Händen raus. Muss ich mich jetzt auch nicht Sniper besorgen? Oder hat er sich weg-teleportiert? Das kann natürlich auch gut sein. Ich bin's aber nicht. Das hat sich gerhymt. Das bist du. Oh, ist er in der Kanalisation verschwunden? Oh, die alte Kanal-Radi. Ja, ist er reingegangen. Los, jeder bewacht einen Eingang. Wee mich auf zwei Dingern. Be safe, people. It's dangerous to go alone. Agapi lebt wieder, ne? Der Traitor wird sich gleich total freuen, weil ihr Vögel... Warte, wer hat als erstes gesagt, dass ich frei zum Abschluss bin? Ich hab Mr. Agapi wieder abspielen. Das war Nafi. Ja, gut, McFly ist confirmed, der hat Agapi abgeschossen. Ich bin auch schon lange confirmed. Ich war bei Grants. Ich hab ihn das erste Mal abgeschossen. Ja, dann könnt's doch nur Capuzzi oder Crabz sein. Ich war doch bei Grants die ganze Zeit. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht Traitor sein kannst. Ja, aber ich hätte doch schon... Komm, ehrlich, grad wie du da so standest, hätte ich doch wunderbar dich abschießen können. Nein, weil du immer ein schlechtes Gewissen hast. Ich schieß halt nicht, weil ich nicht Traitor bin. Das ist so blöd schon wieder. Das ist wieder so eine dumme Affen-Taktik. Da ist McFly. Alles klar. Ah, okay. Was ist McFly? Nein! McFly, Elo? Hallo? Ja, ja, ich hab doch grad... Hier... Wie heißt der denn? Da war doch grad... Danke, irgendjemand hat das Tor geöffnet. Ne, doch nicht. Ich... Ich... Denk mittlerweile auch, dass das Nevi, weil... Crabs hat mich grad dreimal wegsnipern können. Nein! Ja, eben. Crabs hat mich wegsnipern... Ich hätte auch Crabs wegsnipern können schon. Da ist der Grants. Den hätt ich jetzt auch wegmachen können. Oder ist das wirklich Grants? Der ist da unten drin. Oh Gott, das kann ja auch sein. Ja, das kann ja auch sein, weil er so klein ist. Ja, das kann ja auch sein. Weil er so klein ist. Ja! Wieso verdächtigen wir Grants eigentlich nicht? Ich meine, der hat den Minimi! Ja, ich hab AGP getötet Kapuze und dann hab ich ihn wiederbelebt. Ist... Ist... Oh, das kann sein. Das glaub ich nicht. Ich bin jetzt total verviere. Echt nicht? Auf Kapuze und auf Grants. So Grants, wieso hast du den Minimi? Hab ich mir gekauft. Echt? Oh Mann. Dann knall ich dich ab. Grants. Schieß doch. Soll ich? Einen Schuss hast. Sicher? Ja. Ich glaube, er will mich töten, Leute. Ja, ich bin mir doch nicht unsicher. Ja, ich weiß es nicht wahr. Kann man das Mini-Ding eigentlich weitervergeben? Das ist die Frage. Oh, ich geh mal. Komm, schieß den Grants ab, ey. Wir enden die Runde, ey. Okay, Erwasn ist Kapuze. Nein, 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 nein. Ach, ich hab... Alter, wer hat ihn erschossen? Ja, ich hab ihn erschossen und hab gesagt, ey. Wir enden die Runde. Du hast ihn gekillt? Ja, Kapuze ist es. Ja, einfach... Okay, dann schießt. Wer nehmt du noch ab? Weil Nephias dachte... Er... Er ist es. Ey! Du Monster! Lass das! Ey! Crabs ist es! Warum? Ja, er hat auf mich geschossen einfach! Ja, Grants, weil du plötzlich wieder lebst du. Mein Gott, jetzt ist er schon wieder im Dead Ringer. Wie viel doch? Muss er ja. Ne, er... Ich weiß es nicht. Das ist zu schnell. Der Dead Ringer war nicht wieder aktiv. Kapuze ist es. Nein! Einfach... Ach, ist doch... Er kann doch nicht Dead Ringer und das Mini-Meetal haben. Wie viel soll er der von den Traitern aufgesammelt haben? Ja, je nachdem wieviel die gekauft haben, kann das schon gut sein. Mikrofon activated. Beend doch mal die Runde jetzt hier. Es weiß doch keiner, was los ist. Mein Gott, ey. Kapuze versteckt sich. Das ist Blödsinn. Ich, Nefi und du. Achso, Grants ist tot? Anscheinend schon. Grabs auch? Confirmed dead. Oh. Das wäre aber dann richtig blöd. Oder ist das jetzt... Nefi? Es kann doch Nefi sein. Nefi hat doch Grants vorgekillt. Ja, just saying. Kapuze ist es. Ja, okay, ja. Ich wollte gerade sagen, also das war jetzt... Do it. Okay. Machs! Wo bist du denn? Denk an meine Worte. Maaa, Kapuze. Also, mein Score-Wort waren gerade nur vier Leute auf dem Sauer. Okay. Was ist denn jetzt? Ich bin unten in der Kanalisation. Wenn ich gleich schreibe, weißt du, wo du suchen musst. Ach. Walk with every day. Nefi? Ja, Kapuze. Ich glaube, der McFly ist auch schon weg. Ach, du bist doch rein weg. Versteck dich doch nicht in der Masse. oh, das ist gemein. Das ist gemein! Ohohohohohohohohohohoh. Yes! Oha Kapuze. Oha, herzhaft! Ich guck... Na das ist klar Leute. Bis zum nächsten Mal! Haau 3! Tschau! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.